Dankeschön, Dankeschön. Während unser Pfannekucheteig jetzt noch ein bisschen zieht, das kommt nämlich dem gut, wenn er noch ein bisschen einfach in der Schüssel so sich entwickeln darf, machen wir jetzt heute Abend noch ein alkoholfreier Chai und dazu habe ich gerade eben Holunder, nee Hagebutte, Hagebutte war das Wort, Hagebuttetee mit Hibiskus angesetzt und den schütteln wir jetzt hier mal um. Ich hoffe, das kann man hier anfassen, vermutlich nicht. Das sind Handschuhe, das sind Handschuhe. Schicke tolle Handschuhe. Beim nächsten Lied, was man prinzipiell kennen könnte, können wir vorher einfach mal nicht verraten welches ist und dann sehen, ob man erkennt, was wir versuchen zu spielen. Ich glaube, das dampft hier der Tee, kann das sein? Da schießt er aus, als ob man kocht. Kann man dir was helfen? Du guckst gerade so. Ja, das ist der Wind. Ja, wenn man am Wind wackelt, dann... Ja, ja. Schon klar, aber die Stange wackelt irgendwie. Für einen alkoholfreier Chai. Nee, die wackelt halt, aber egal. Also für einen Chai habe ich hier, also für einen alkoholfreier Chai. Was ist denn Chai? Ich dachte immer, das sei Tee. Chai ist Tee, das ist auch Tee. Das ist jetzt, was habe ich gesagt? Hagebutte mit Hibiskus-Tee. Man kann auch Früchtetee nehmen, man kann auch, also die Gefahr besteht, dass unsere Kinder nachher noch kommen und deswegen wollte ich keinen Schwarztee nehmen. Man könnte auch einen Schwarztee nehmen. Man könnte auch Wein und Rum reinmachen, aber da wollte ich eben genauso drauf verzichten. In dem Fall kommt jetzt Apfelsaft dazu. Naturtrüb und reichlich. Also ich würde jetzt mal sagen, das Mischungsverhältnis so halb-halb, halb Tee, halb Saft. Da kann man mit allen Säften variieren, also ihr könnt jetzt auch Birne oder Orange oder weiß Gott was reinmachen. In letzter Konsequenz verrät ja keiner sein Chai-Rezept. Ist ja alles ein Geheimnis. Aber hier könnt ihr jetzt heute endlich mal zuschauen. Wer übrigens über die 360-Grad-Kamm guckt, wo ich da im Weg stehe, der kann auch noch unten gucken. So. Und der Olli hätte uns noch Orange vorbereitet. Einfach in Scheibe. Genau. Einfach in Scheibe. Der Größe des Messers geschuldet halbiere ich die Scheibe jetzt, aber schneide dann trotzdem Scheibe. Einfach die Orange in Scheibe schneide und mit dazu werfe. Da gab zwischendrin schon die erste Frage rein, was das denn für eine Kanne wäre, die wir da über dem Feuer hängen haben. Was wir da für eine Kanne haben? Die Fabina hat gerade gefragt, was wir denn da für eine Kanne haben, die wir über dem Feuer hängen haben. Kann meine Zuschauer haben? Genau. Also vielleicht hier zum Setting hier, diese Kanne hier, das ist ein Edelstahl-Perkulator eigentlich. Völlig missbraucht für das, was wir gerade tun. Da gehört eigentlich der Einsatz hier rein. Jetzt weiß ich, ob ich sowas weglege. Da gehört der Einsatz hier rein. Und da oben kann ich Kaffee rein tun. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, dass der Pergolade-Einsatz hier drin ist. Von unten kommt warmes Wasser, steigt durch das Rolle hoch und blubbert dann oben ins Kaffeepulver rein. Sieb drauf, damit kein Kaffee mit raus blubbert. Und dann lasst ihr diese Kanne einfach für 10 Minuten so vor sich hin blubbern. Nicht aufspudeln, sondern wirklich nur so blubbern lassen. Und dann habt ihr ein super leckerer Kaffee. Die Menge hier oben genau abgestimmt auf die Kanne. Und die gibt es in zwei Größe. Das ist jetzt die große mit, glaube ich, 4 Liter sowas. Ne, keine Ahnung. Bevor ich das Falsche sage, sage ich lieber nichts. Wenn wir hier weiter machen mit dem Equipment. Das hängt übrigens an einem Kesselhaken dran. Das Schöne hier ist, wenn ich nicht mehr so eine Fläche brauche, kann ich hier einfach mit dem Griff das Ding höher oder tiefer stellen. Einen Zahn zulegen, sagt man dazu, oder? Einen Zahn zulegen, kann man da ja. Daher kommt tatsächlich das Sprichwort, dass der Mann einen Zahn zugelegt hat. Gut, also Olli schmeißt jetzt die Orange hier rein. Vorsicht, dass es nicht spritzt. Genau, und während Olli uns noch ein paar Zitronenstücke macht, ich mache hier noch die Gewürze rein. Mit dem einen Gewürz, das sind Zimtstangen, da kann man relativ großzügig sein. Die bleiben einem nicht so zwischen den Zähnen hängen. Und das zweite Gewürz, was aus meiner Sicht unbedingt rein muss, manche finden es immer komisch, sind Melke. Aber da wäre ich ein wenig vorsichtiger, weil die, da kann man gut auf die Zähne rumbeißen dann. Und wer es jetzt noch mag, kann sich überlegen, ob er sagt, ich mache noch Zucker rein, das Ganze etwas süßer. Oder ich nehme es halt ohne Zucker, einfach nur mit der Süße vom Saft. Das kommt, glaube ich, aus meiner Sicht relativ gut. Kinder hätte es gern meistens noch süßer. Und was ihr schon schon alles reinkippt, also ich habe schon Leute erlebt, die machen da noch Rosinen, Nüsse. Nüsse rein, ja. Also was macht ihr noch in eurem Chai? Du wusstest gar nicht, was Chai ist? Ne, ich habe das noch nie getrunken. So spontan hätte ich jetzt kein Rezept im Staat. Nur schon getrunken, auch noch nie selber angemischt. Hallo, prima. Okay, die Frage wird euch draußen. Seid ihr, seid ihr willens, euer Chai-Rezept zu verraten? Dann könnt ihr auch das in die Kommentare reinschreiben. Vielleicht habt ihr ja noch super gute Idee, die die andere, die hier auch mit zugucken, gerne erfahren würde. Also gerne auch eure Geheimzutaten. Da dürft ihr jetzt mal so richtig ausklaudern. Ja. Ja. Ja.